Sürli? Sürli! Sürli? 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 Fuschige Diffusionen? Nein, lass uns jetzt nicht. Sürli? 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 Hua! Hua, hua, hua! O-O-Oh-Oh-Oh Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh. Zeig mir doch, mehr von der Welt Der äid der Zeit, Ich will nicht mehr von der Zeit, so wie du sie siehst, wo die Liebe dreht. Wie Farbe blind stehen sie all da und sehen viel mehr, als ich nicht kann. Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht, was man hat. Das Gefühl, dass jeder in seinem Leben lernen kann, was noch muss sein. Dann denkst du dich doch auch, wenn du verlohnst. Tanz mit mir, du Dämoner. Tanz mit mir, du Dämoner. Tanz mit mir, du Dämoner. Ich will nicht mehr von der Zeit, so wie du siehst, wie du siehst. Ich glaube daran, dass die Liebe zählt. Wie Farbe blind stehen sie all da und sehen nicht, was sie vor sich haben. Ich frage mich nur, ich frage mich nur, was bringt. Ich frage mich nur, wenn du siehst, wie 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 du siehst. Tanz mit mir, du Dämoner. 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 泥 Ausatmen aufregeln sich auch. So, ich hatte versucht, unsere noodle! Ich frage fifteen und finer gestalten regularly beim Telefon. Oh, oh! Oh, oh! So, ab Beobacht! Aberoli. Oh! Ich brauch nicht diese taxiertitung. Das überholende Wesen. Das Staccato. Schon wieder live, Gregor. Schon wieder live. Weisst du, ich habe mich zuerst gehört. Ich werde das mal probieren. Ich werde mich zuerst wieder drüben. Ich habe das Staccato voll mitzwingt. Ja. Das ist das, was mich eigentlich immer ein bisschen gestört hat im Song. Das Staccato. Es ist auch schon wieder zuerst geworden. Ich bin auch schon wieder zuerst da. Alles gut. Aber das ist wirklich ein bisschen hier drauf. Genau. Dann habe ich mit données vor. Genau. Genau. Wir nehmen die Songidee auf, für Bandcoaching, um nachher ins Studio zu gehen, um neue Aufnahmen zu machen. Und um uns auseinander zu lassen und die Songs dann gar nicht mehr so spielen, wie wir es eigentlich gespielt haben. Dann machen wir eine Erinnerung noch und bist fertig. Seine Erinnerung? Eine Erinnerung haben wir ja neu. Okay. Und aufgehen. Aufgehen. Und ich gehe nicht auf. Ich gehe nicht auf. Ja, bei mir ist es nicht so voll und kann bereit sein. Okay. Okay. Wir schießen ab oder einen noch machen, oder lieber jetzt abbrechen und nicht schmieden? Nein, nein, ich meine nur vor und ein. Okay. Wir müssen es lieber auf Bandcochen abbrechen. Ja. Die sind so zwischendurch. Ja. Ja. Das wäre einfach cool, wenn wir die in 10 Minuten erspitzen am Mittwoch. Ja. 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 Das kenne ich schon so. Ja. Das ist das. Ja. Dann spielen wir die auch klein so im Verband. Ja. Es würde halt wirklich nur um Entwölf gehen, oder? Ja. Ja. Ähm. Ja. 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 Ja.